Der LaserRangeMaster GI8 Pro von LaserLiner. Das robuste Gehäuse des GI8 ist staub- und wassergeschützt. Der über USB-C aufladbare Lithium-Ionen-Akku des GI8 garantiert eine lange Laufleistung bei jeder Anwendung. Die 18 Funktionen machen ihn zum absoluten Multitalent. Der große Messbereich von 80 Metern in Verbindung mit dem gut sichtbaren grünen Lasermesspunkt garantiert höchste Flexibilität. Eine Besonderheit des GI8 ist die indirekte Höhenmessung an schwer erreichbaren Messorten. Nutzen Sie ein Stativ, um per Winkelfunktion beispielsweise die Höhe einer Außenwand zu ermitteln. Auch lassen sich mit dem GI8 Wandflächen addieren oder subtrahieren. So lassen sich Materialmengen im Vorfeld sehr gut ermitteln. Mit der Minustaste lassen sich zum Beispiel Fensterflächen wieder von der ermittelten Fläche abziehen. Dieser Laser-Entfernungsmesser hat noch mehr zu bieten. Zum Beispiel einen Messwertspeicher oder einen Auslösetimer zur Vermeidung von verfälschten Messwerten durch Erschütterungen oder Verwackeln. Die Messebenen lassen sich in drei Stufen einstellen. Stativ, vorne und hinten am Gerät. Mit der digitalen Libelle lässt sich das Gerät perfekt ausrichten. Die Min-Max-Funktion ist nur ein weiteres von vielen Features, die der GI8 mitbringt. Optimale Projektdokumentation. Übertragen Sie Ihre Daten per Digital Connection auf Ihr Smartphone. Laser Range Master GI8 Pro. 1 1 Klisch 1 1 2